Ich zeige jetzt einfach mal, zum Beispiel, es könnten hier theoretisch Leute sitzen, die würde ich unterrichten beispielsweise. Das war zum Beispiel schon im Gymnasium so. Ich habe dann Englisch und Französisch Unterricht gegeben an Leute, die einfach das nicht kapiert haben. Die hatten oft Note 5 oder Note 6 und ich habe dann mit denen mich zusammengesetzt und habe versucht immer zu verstehen, warum die da irgendwas nicht begreifen. Und die eine, die war vielleicht jetzt nicht unbedingt 100%iger Gymnasiastin, sondern die hätte vielleicht aus meiner Sicht vielleicht wirklich eher in die Realschule gehört. Hätte sie sich leichter getan, aber sie hat halt weitergemacht. Das war völlig in Ordnung. Dann haben wir zum Beispiel Unterricht gehabt zusammen, also Nachhilfe. Und ich habe versucht, mich immer reinzuversetzen, wo hängt die denn gerade? Was kapiert die denn gerade? Das Gleiche ist mit Mathe. Die wenigsten Mathelehrer sind in der Lage, ihr eigenes Fach zu unterrichten. Ich war am Gymnasium drüben, ich habe gedacht, ich knall die bald ab. Kein Gefühl, du hast alle Klassen durchaus gehört, die Frau kann nicht unterrichten. Punkt aus. Ja, wir sind verrückt überall. So, dann ist es halt ein sicherer Job. Man wird halt Beamter. Dann hat man ein Leben lang hat man, gut, du verdient man vielleicht schlecht als Gymnasiallehrer. Während jetzt zum Beispiel die ganzen Grundschullehrer verdienen sehr wenig, vergleichsweise. Und diese Unterricht, also die haben ja oft ganz schön viel zu tun, zu kämpfen an den Grundschulen. Mit Leuten aus, was weiß ich, aus Syrien, die haben einfach einen Impact auf denen lastend. Dass die zusätzlich müssen integrieren, Inklusion und das Normale. Und meistens kommen Schüler rein, die einfach von zu Hause keine Kinderstube erlebt haben. Wie man sich ordentlich benimmt zum Beispiel. Punkt aus. Was wollte ich jetzt erzählen? Ich habe das normalerweise, wenn ich Nachhilfe gegeben habe, hat es einen Monat maximal sechs Wochen gedauert. Und dann hat der Schüler Note 2, Note 1, höchstens eine Note 3 nach Hause gebracht. Das war Nachhilfe. Und danach haben es keine mehr gebraucht. Und wissen Sie warum? Weil die kapiert haben, wo der Denkfehler ist. Verstehen Sie? Darum geht es. Jetzt wundere ich mich, wenn die zum Beispiel auf eine bestimmte Schule gehen und da müssen reihenweise Schüler in die Mathe Nachhilfe. Dann denke ich mir, hat der einen Vertrag? Kriegt der auch Geld dafür? Oder ist er einfach nur unfähig? Und du darfst natürlich, du darfst ja nichts sagen. Du musst immer vertrauensvolle, gute Partnerschaften. Ich habe keine guten Partnerschaften. Ich haue am Putz, wenn mir was nicht passt. Punkt aus.